Gespräch mit der Angst Zeit sich mal zusammenzusetzen. Angst und ich am Tisch Angst stützt den Ellenbogen auf, legt das Kinn auf die Handfläche und starrt gelangweilt, wenn auch wie immer mit leichter Paranoia im Blick, Löcher in die Luft. Hey, Angst! Ähm, hm? Du nervst. Klaus mir Zeit und ziehst mich runter. Angst schaut etwas indigniert aber nun aufmerksamer herüber. Ah, ja. Und das hältst du nun für den gelungenen Auftakt für ein konstruktives Gespräch, ja? Ein Moment Stille. Na gut. Fangen wir nochmal an. Punkt also. Du machst einen verdammt guten Job. Angst grinst. Jetzt mal nicht gleich übertreiben. Wieso? Na, ja. Weil. Es stimmt schon. Ohne dich käme die Körperchemie nicht richtig in Schwung, wenn wirklich Gefahr droht. War doch schon immer so. Flüchten oder kämpfen. Die inneren Säfte braucht man halt dringend für beides. Verdammt richtig. Verdammt richtig. Ohne mich gäbe es die gelobte Menschheit nicht. Auf der Flucht erlegt, im Kampf unterlegen. Aber. Das ist Lehrbuchwissen. Ja. Stimmt. Es ist halt ein Problem. Du bist überempfindlich und paranoide. Angst lacht. Alter. Das ist mein Job okay. Schon. Punkt. Aber. Du übertreibst. Und. Jetzt pass mal auf. Angst beugt sich etwas vor. Lieber zweimal zu früh und zu viel, als einmal zu wenig und zu spät. Sonst hat nämlich der Säbelzahntiger bereits seine Hauer in dein edles Gesäß gebohrt, oder das Klavier ist dir auf den Kopf gefallen. Klar soweit? Schon. Ein Moment Stille. Also. Punkt. Es geht mir vor allem um abends, um nachts. Da will ich und da muss ich schlafen. Und dann kommst du daher. Schleichend. Massiv. Anhaltend. Du beunruhigst mich und machst. Mich traurig. Ja. Weiß ich. Sorry. Die Affen haben einen Fehler gemacht. Hä? Ist schon ein bisschen her. Du hast davon gelesen. Die Affen sind von den Bäumen runter. Aufrechter Gang. Entwicklung von Bewusstsein. Zivilisation. Dieser Kram. Ja, sicher. Hat Vor- und Nachteile. Stimmt schon. Angst beugt sich wieder vor. Und nun pass auf. Ich bin kein Teilzeitjobber. Und ich habe auch keinen befristeten Leiharbeitsvertrag. Wenn ihr selbst dauerhaft Bedingungen schafft, in denen ihr mich nur noch selten und nur noch in abgeschwächter Form braucht, ist das verdammt nochmal euer Problem. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach. Angst zeigt mildes Interesse. Wieso sollte das so sein? Das kann ich dir erklären. Das Ziel deiner Arbeit läuft darauf hinaus, Schaden von mir zu halten. Mich zu schützen und zu bewahren. Arterhaltung, Selbsterhaltung, diese Dinge. Richtig. Angst knurrt schon wahr. Wie bei meiner Sister Midlight, Bro Sex und ein paar anderen. Arterhaltung, Selbsterhaltung. Aber worauf willst du konkret hinaus? Nun beugt ich sich zu Angst vor. Ganz einfach. Glaubst du, das tut mir gut? Glaubst du, das schadet mir nicht? Denkst du, das macht mich auf Dauer nicht kaputt, wenn du mir eine Nacht um die andere den Schlaf raubst? Hm. Angst schaut etwas bedröppelt. Hm, ja. Okay. Ist was dran. Und nun? Was machen wir? Angst kratzt sich vorsichtig hinterm Ohr. Hey, Mann, Alter. Du hast ja irgendwie recht. Punkt. Aber. Das ist nicht mein Job. Punkt. Was soll ich sagen? Ich kann nicht wirklich aus meiner Haut. Und ich kann nicht mal ein paar Stunden abhauen, um die Ecke ein paar Bier trinken gehen. Ich bin deine Angst. Sehe ich ein. Punkt. Aber so geht es nicht weiter. Angst überlegt konzentriert. Du hast ja schon ein paar Sachen probiert. Lesen, im Netz surfen, ablenken. Den Tag nochmal wohlwollend überdenken. Was habe ich Konstruktives gemacht? Wie habe ich im Kleinen die Welt verbessert? Welche guten Werke getan? Welche Leistung habe ich erbracht? Welche positiven oder zumindest sinnvollen Sachen plane ich für morgen, für die nächsten Tage? Sachen, die ich nicht vergessen darf, schnell noch auf einem Zettel notieren. Von negativen Sachen akzeptieren, dass ich in dieser Nacht da so und so nichts mehr dran machen kann. Entspannt von 100 Rund erzählen und dann wieder von vorn. Pflanzliche Beruhigungsmittel. Und ein paar andere Tricks und sinnvolle Maßnahmen. Puh, ein langer Vortrag. Ja. Und ich weiß, du bist im Moment nicht zufrieden. Aber ich bin kein Genie. Punkt. Das sind doch aber eine ganze Menge Möglichkeiten. Und es könnte noch weitere geben. Spiele damit. Probiere. Kombiniere sie. Ich glaube da an dich. Danke. Das ist nett. Angst zögert. Ja. Frag dich. Ich spreche es ungern an. Aber. Na ja. Es gehört halt dazu. Was ich meine, die alte Angst des Menschen vor dem Tod. Ich weiß da auch nicht wirklich mehr als du. Ich weiß nur, dass es mehr und etwas anderes gibt, als den Menschen und das Universum. Etwas völlig anderes. Wenn man streng logisch wirklich bis zu Ende denkt und sich die angeblich unabänderlichen elementaren Naturgesetze genau anschaut, ist das gar nicht anders möglich. Du bist nicht der Typ für religiösen Fanatismus, mit dem man sich betäuben könnte. Saufen oder andere Drogen ist auch nix. Wenn ich jetzt mal alle großen Philosophen und Religionsstifter so vergleiche. Punkt. Die haben viel Gutes und Hilfreiches gesagt. Aber am Ende. Punkt. Lande ich da wohl doch eher bei Snoopy. Snoopy. Ja. Kennst du doch. Snoopy und Charlie Brown. Charlie sagt. Snoopy. Eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy antwortet ja schon. Aber an allen anderen Tagen nicht. Nach einem kurzen Moment grinsen beide. Okay, Angst. Danke. Dann mal bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Aber möglichst nicht zu heftig und nicht zu oft. Verstehe schon. Alles Gute dir, ernsthaft. Dängst du doch mal. Untertitelung des ZDF, 2020